Hallo und herzlich willkommen bei unserem Videokanal von Freegram. Mein Name ist Andreas und ich präsentiere heute den Phantom DJI FC40. Zum Set gehören einmal die Kamera FC40, die inhaltet Kamera, Halterung und Dämpfergummis. Und natürlich der altbewährte Phantom, aber wir wollen mal schauen, was sich hier in dem Karton so alles befindet. So, da haben wir das Herzstück, den Phantom. Den dazugehörigen Sender, vier Sätze Propeller, was noch, die bewährten DJI Aufkleber. So, dann die Halterung für das Handy am Sender, noch eine Halterung für die Kamera, so natürlich den Akku. In dieser Version noch mit dem 2200mA, ungefähr Flugzeit 12 Minuten. Ladegerät mit Ladeadapter, USB-Kabel, USB-Verlängerungskabel, Netzkabel und natürlich das Ladegerät. So, damit das gute Stück auch stehen kann, natürlich das Landegestell und zu guter Letzt noch drei Reiseadapter. Eins, zwei und drei. So, dann haben wir noch ein kleines Tütchen mit einem Tool für die Rotorblätter. Polsterpad, Klebeband, kleine Kordel und Schräubchen. Gut, das war's soweit. Dann haben wir alles komplett. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020